Wie das Leben als Künstler aussieht, ist ganz einfach. Man steht morgens auf und dann setzt man sich in den Flieger. Und zwar mit Ryanair fliegt man los und zwar in die Sonne. Da fühlt man sich dann ein bisschen wohl und man guckt ein bisschen in der Gegend rum, genießt ein bisschen die Palmen. Und zwischendurch hält man sich fit und fährt Fahrrad. Oder man malt ein Bild, so wie das. Oder man sticht ein Tattoo, so wie das oder das. Oder man geht einfach los und malt Graffitis an die Wand. Manchmal schlafe ich auch einfach am Strand, damit ich mir morgens den Sonnenaufgang anschauen kann. Ich kann euch nur so viel sagen, Luxus ist gar nichts, Freiheit ist alles.